Neulich im Atlantis habe ich Platon verspeist. Kannibalin, wo war denn das? Beim Griechen, bei uns um die Ecke. Gyros, Marke Platon mit Salat in pikanter Soße. Einfach köstlich. Heißt nach dieser sagenumwobenen Stadt oder Insel das Restaurant. Atlantis, ja ich weiß, das ist ein Mythos. Von Platon geschrieben, um seine Vorstellung von einem Idealstaat darzulegen. Dort in Atlantis, da ist alles so schön geordnet. In konzentrischen Kreisen und vollkommener Harmonie. Wie von Göttern gemacht. Und dann, wie ging es aus? Ich kenne nur die Indiana Jones Version und die war ja, naja, ziemlich blutig. Du, das weiß ich nicht mehr genau. Zum Schluss ist alles von einer riesigen Wasserwelle verschlungen worden. Weil das Ganze wohl irgendwie entartet ist. Irgendwie sind die Leute übergeschnappt. Oder sie hatten die Weisheit der Götter irgendwie einfach nur vergessen. Oder war das ein anderer Mythos? Ich weiß es nicht mehr. Der Platon, der hat so viel geschrieben. Zum Beispiel auch die Sache mit diesem Kugelmenschen. Ach, der Kugelmensch, alles klar. Batman und Robin waren sicher auch dabei. Ja, ich bitte dich. Du, aber das mit dem Kugelmenschen, das ist echt ein antiker Mythos. Platon wollte damit den Eros erklären. Also warum sich die Menschen lieben. Und da hat er in seinen Dialogen immer Mythen und Gleichnisse eingebaut, die die Philosophen beim Gastmahl erzählen. Apropos Gastmahl. Wann führst du mich mal wieder richtig aus? Wenn wir zum Kugelmenschen geworden sind. Wie werden wir das? Na ja, nichts leichter als das. Bei Platons Gastmahl. Also da trinken die. Da reden die über den Eros und über die Frauen und auch über die Männer. Den Eros eben. Und über das Schöne überhaupt, was uns alle erhebt. Das klingt ein bisschen schwul. So waren sie halt, die alten Griechen. Weißt du, woher das Wort Gymnasium stammt? Kann ich später bei Wikipedia nachschlagen. Schweiß nicht ab. Das mit den Kugelmenschen, das kann man natürlich auch geistig sehen. Du meinst plutonisch? Plutonisch, das New Age. Horoskope und so. Wir befinden uns bei Platon. Aber gewissermaßen im Old Age, im alten Griechenland. Du meinst wahrscheinlich platonisch. Platonische Liebe. Egal, wie du es bezeichnest. Am Anfang ist es geistig. Aber zum Schluss läuft es immer aufs Körperliche hinaus. Beim Kugelmenschen ist es andersrum. Zuerst körperlich, dann geistig. Erinnert mich an einen Song von den Beatles. Wie ging der nochmal? Meinen Eltern würde der Platon gefallen. Sie feiern übrigens ihre goldene Hochzeit. Ach, das sind beinahe schon Kugelmenschen. Lass uns Schluss machen. Sonst machst du mir noch einen Heiratsantrag. Du, ich war gerade dabei. Das glaube ich nicht. Glaubst du mir doch? Glaub ich dir nicht. Glaubst du mir doch? Glaubst du mir doch, glaubst du mir doch, glaubst du mir doch.